Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Wir befinden uns derzeit in der Idyllü... Äh... Ähm, was ist das? Wo sind meine Spielstände hin? Ach hier, okay. Oh, das habe ich schon gedacht. Warum? Seit wann ist denn das aufgeklappt oder zugeklappt? Ich habe gesehen, dass gestern wieder irgendein Update kam. Ich, ähm... Ich nehme das hier. Und jetzt habe ich ein anderes Anfangsbild irgendwie gehabt. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, dass ich meine Speicherstände irgendwie alle verloren habe. Also einer war ja noch da. Ich hatte nämlich auch mal gelesen, dass gerade am Anfang wohl Speicherstände verschwunden sind oder so. Das ist halt echt kacke. Jetzt hatte ich kurzzeitig Angst. Wir sind in der doofen Krippe und der eine hat einfach einen kleinen Gnom umgebracht. Fand ich nicht so geil, aber die Laisel, äh, Laisel, wollte nicht, dass wir ein Ei von ihr verschenken. Und deswegen haben wir die andere einfach umgebracht. Jetzt frage ich mich, wäre es cool gewesen, wenn wir das Ei genommen hätten, dass wir die dann in Baldurs Tor hätten wieder treffen können. Mit dem kleinen... Stimmt, wir haben bei ihr unser Zeug verkauft. Ich hasse unser Ei. Äh, unser Auge. So. Brauchen wir das nicht direkt machen? Wie viel habe ich denn? 115 Zeug schleppe ich mit mir rum. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warte aufgeben. Mach's weg. Ich stopfe jetzt mal hier was rein. Das ist die 84. Hm. Okay. Ähm. Hier, dieses Ding. Was ist das? Ein Kurzschwert. Oh, ein Kurzschwert. Das ist doch hier für ihn was. Hallo. Ich finde die Klamotten irgendwie ein bisschen seltsam. Ich fand sie am Anfang cool, aber da finde ich es irgendwie seltsam. Einen neuen Ring haben wir nicht. So. Wir wollten nach deinem Schwertchen gucken. Oh. Organe umsortieren? Äh. Organe? Hey, was ist denn los? Ich will mir das da angucken. Zeig her. Sehr selten. Ich habe wirklich sehr, sehr Angst, dass die uns irgendwann mit unserem krassen Zeug abhauen, äh, abhanden kommen. Ach, guck mal, da kann man noch was an sie verkaufen. Hallo, ich habe noch das Krempel. Die ist irgendwie voll am Strahlen, oder? Hat nicht viel gebracht, das jetzt da ihr hinzugeben alles. Hm. Ja, nee. Irgendwie. Hier. Ach, können wir hier den Dings eindecken? Morgenstern 8 bis 15. Hä? Warum dauert das jetzt aber immer so lange? Okay. Ah, hier ist es nicht ganz so groß hier unten. Hm. Ich wollte gerne mal schauen, ob wir den Morgenstern eventuell ihr geben können. Ich hatte sie ja schon mit einem Morgenstern ausgerüstet. 3 bis 15. 3 bis 15. Das Ding habe ich gekauft. Hä? Okay. Ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe, aber wir müssen auf jeden Fall sofort erstmal zum Lager mit diesem hin und her schicken. Da geht das schneller. Wenn ich kurz ins Lager gehe, hoffe ich. und das alles einfach weglege. Warum stehe ich nicht hier hinten bei ihr? Da geht das hier ein bisschen schneller. Boah, die wiegt da aber einen Haufen, ey. Ich werde jetzt versuchen zu sortieren. Okay, das hat funktioniert. Gut, wir gehen. Ohne zu essen. Uns geht es ja gut. Es will auch niemand reden. Er hat immer noch die wilde Aura. Ich meine, er ist ein Teufel. Was will man da noch erwarten? Hätte ich denn auch Hörner gekriegt? Ich speichere mal ganz kurz. Das regt mich auf. Mach das auf, ey. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Oh. Oh. Oh, hier sind große Taschenruhe. Okay. Du? Sein Muster sah komisch aus. Bitte, Chitrai, ich kann es erklären. Die letzten Bälle von Kultisten wissen nichts von der Astral Prism. Sie waren nur zu finden Moonrise. Sie alle gehen dort. Meine Gish haben die Pläne für die Tower gegründet. Sie sind bereit, Chitrai! Wir könnten die Artifizierung von der Tower aus, wenn Sie uns... Schmerz! Find the Astral Prism there is and my patience falters. Ja, Chitrai! Du hörst ihn? Geh! Geh wie sie sagt. Sie bleibt von Kithrak. Für jetzt. Ah, Hilfe! Geht weg! Angst vor euch! Bevor wir zu ihm gehen... Was bist denn du? Wer ist denn ein Nichtig? Wer von uns ist das denn? Wer von uns ist das denn? Wir sollten uns auf Entry gesammelt haben. Was, wenn sie die Weapon nicht finden? Wir wissen es überhaupt nicht... Ein Istik? Aber... Aber du kannst nicht hier sein! Ich kann nicht mit dir sehen, dass du kreierst! Quanirel! Die Inquisition hat mehr zu beantworten, als wer du in den Korridoren gesprochen hast. Hä? Inquisition? Was meint ihr damit jetzt mal im Ernst? Ähm, rührt euch! Ich suche nur euren Hauptmann. Hä? Darf ich hier echt überall hinlatschen? Hä? Darf ich hier echt überall hinlatschen? Leute, ich bin echt verwirrt. Wer ist Istik? Kloster Rosenmorg... Okay... Kloster Rosenmorg... Okay... Da geht sie da raus. Wir müssen da hin. Wir könnten gerade auch was auch gehen. Hier ist ein Festsaal. Guck mal hier. Klassenraum? Ach, wie süß! Ach, wie süß sie sind! Ist das alles? Ach, wie... ...er du hier zu lernen von unserer Sauvage? Er ist so powerful. Und wunderschön. No wonder Vlachis put such faith in ihm. Bring shame on Christian! Stupid Val! Noi, nicht nur mich zu töten! Der Sauvage wird unseren Leben verletzen. Du entfüß es! Ha, ha, ha! Come to join in the fun? Wait's your turn! If anyone's beating up Val next, it's me. Val's so weird. Why doesn't he fight back? The catapult has already addled your brain. Is that it? Want to watch Val get punished? He's in so much trouble! Your disobedience brings shit... Chucky! Why do you keep hesitating? My instructions were clear. Because... Because they don't make sense. Killing each other like this... It's stupid! Orphe... Silence! It seems your child is prattling... Is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? Die eigenen Soldaten zu töte seine seltsame Kriegsstrategie. Cowards are not tolerated in our ranks. Though I gather they are welcome in yours. I'll try to get out. I'll try this as well as you can. versuchen. Ich versuche es mit ihm überzeugen. Lasst den Jungen zufrieden. Ihr habt euren Punkt gemacht. Um Gottes Willen. Das wird doch nix. Ich glaube, deine Inane Spewings haben genug geholfen von meiner Lehre. Geh mit den Wäldern. Ich möchte sie stark genug zu peelen Geig's Augen, nur durch die Augen zu sehen. Ich hoffe, dass du so stark wie das, wenn wir auf der Bühne treffen können. Ist das so ein Schimpfwort? Beleidigen die uns die ganze Zeit? Ich glaube, die beleidigen mich. Ich glaube, das ist ein Schimpfwort. Ich habe jemanden mit meinem Geist. Splat! Okay. Das ist interessant. Das ist ein Schimpfwort. Das ist ein Schimpfwort. Was ist denn nur hier unten los? Das sieht aus wie eine Flamme. Ein neues Gesicht auf das Porträt malen? Ich glaube nicht. Ich werde einen Teufel tun und da was anderes draufmalen. Die gehen mir doch dann alle voll auf die Ne... Die pinkelt er in die Ecke. Krankenstation? Was ist denn der Truhe? Sie macht grauenhafte Geräusche. Okay, das sieht lustig aus. Kann ich mitmachen? Oh, die Ecke möchte spielen. Was sagst du, Rajak? Wir spielen mit dem Ecke? Ja. Wir spielen mit denen. Wir spielen mit dir. Ach, eigentlich ist es mir egal, was sie machen. Was sollen sie machen? Ist ja nicht mein Ding. Ist ja ihre Welt. Ich bin ja nicht hier, um irgendjemanden zu belehren. Ich bin ja nicht hier. Okay, ich spüre, dass sie mich alle hassen. Ich bin ja nicht hier. Ich bin ja nicht hier. Okay, die haben hier viele von den Dingern. Drei Stück. Guck mal, ich mache dir Licht, das ist nicht nett. Ich mache dir aber das hier aus. So, dann siehst du nicht so viel. Ich würde sagen, bevor wir sie anquatschen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Tschüss.